Die sieben Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Reutlingen verleihen auch in diesem Jahr wieder den Förderpreis zur Unterstützung der Ausbildung in handwerklichen Betrieben. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Es ist so, dass wir die Leistungen im Handwerk würdigen wollen. Da geht es sicherlich nicht darum, dass da einer reich wird, wenn er so einen Preis bekommt. Aber er soll einfach mal sich zeigen können in der Öffentlichkeit und es soll einfach mal demonstriert werden, wir nehmen es wahr. Da gibt es sehr gute Leistungen und da gibt es sehr gute Mitarbeiter, sehr gute Gesellen und schließlich dann auch Meister. 40 Preisträger gibt es insgesamt. Einer von ihnen, ein Drechsler, hat dieses Gesellenstück geschaffen. Ein Tischbrunnen mit einer dazu passenden Vase. Wer einen Preis erhält, entscheidet eine Kommission aus je zwei Vertretern von genossenschaftlichen Banken und Kreishandwerkerschaft. Wir haben uns einen relativ einfachen und zugleich gerechten und objektiven, transparenten Maßstab ausgewählt. Wir orientieren uns an den Leistungen in der Gesellenprüfung, wobei letztendlich, wenn gleiche Leistungen vorliegen, die besseren handwerklichen Leistungen dann maßgebend sind. Am Dienstag werden die 40 Preise übergeben. Die Banken und die Kreishandwerkerschaft hoffen, dadurch noch mehr junge Menschen für einen Handwerksberuf begeistern zu können.